Es ist nicht immer passiert, auch nicht sehr oft, aber es gab Zeiten, da kamst du von irgendwoher und du hast Bekannte auf der Straße getroffen und ihr habt euch vielleicht ausgetauscht über den Glauben. Jetzt nicht um irgendjemanden zu überzeugen, einfach Informationen da feilgegeben und da ein paar Dinge betrachtet und dann ging man seines Weges, hast vielleicht Menschen gesehen, da wo du wohnst, die sind durch die Straße gegangen und haben versucht, da Menschen etwas zu erzählen über den Glauben. Ob du jetzt deren Meinung bist, ist eine andere Sache, aber heute kann es sein, du kommst von irgendwoher und da springen fremde Menschen dir vors Auto, gekleidet wie Tod und Grusel, haben scheinbar Freude, das Garstige darzustellen, aber gruppenweise und alle bemalt und haben Freude daran, das Böse zu feiern. Ist aber nur Spaß. Und ich habe vor ein paar Jahren gesagt, als gewisse Zeichen losgegangen sind, dass wir befinden uns jetzt am Anfang der Drangsal oder Endzeit, da haben es einige belächelt. Und ob du jetzt dazugehörtest oder ob du jetzt anderer Meinung bist oder ob du Dinge auch so siehst, wichtig ist noch zu sehen, dass wir sind in einer Phase, weil du denkst, wann gab es diese Dinge. Die Erde war noch nie frei von Sünde und es gab schon immer Leid und Pein, aber es gab Zeiten, da Menschen scheinbar noch an das Gute festgehalten, haben noch für gewisse Dinge plädiert und die hätten protestiert, wenn man sowas hier verkündet hätte. Aber heute ist es scheinbar salonfähig, dass man das auch feiert. Man feiert Tod und Grusel, aber es ist nur Spaß, muss nicht so stocksteif sein, würde man dir vielleicht sagen. Okay, also das heißt, die Frage ist, was ist die nächste Stufe? Wo ist die Spitze? Und Paulus hat gesagt, dass in der Endzeit die Menschen werden böse sein. Das habe ich versucht im letzten Video zu erklären, dass die Bedeutung, dass der Feind auf die Erde geworfen wurde oder zum Beispiel im Buch der Offenbarung, dass der Abgrund tat sich auf und die ganzen schrecklichen Viecher, Heuschrecken und solche Dinge kamen raus, das wirst du ja nicht sehen. In der geistigen Dimension mag das passieren, aber das ist nicht das, was du nachvollziehen wirst. Was sich manifestieren wird, ist, dass die Menschen werden immer schlimmer werden. Das hat Paulus auch gesagt im Timotheusbrief, dass der Geist sagt deutlich, dass in der Endzeit, dass Menschen auch den Glauben verlassen werden und sie werden die Lehre von Dämonen anhängen. Man hätte es nicht treffender sagen können. Und da kommt auch mit ins Spiel, dass in der Endzeit werden auch viele vom Glauben abfallen. Und jetzt habe ich im Video vor ein paar Tagen gesehen einen Ausschnitt, wo der Redner sagte, dass wenn man abfällt oder man fällt wieder in die Sünde, dann war die Neugeburt nicht echt. Und man hat, derjenige, der das gefragt hatte, der schien dann wohl das so auch gebilligt zu haben, ich habe es nicht zu Ende gesehen, aber die Aussage, dass dann war die Bekehrung nicht echt, ist die Frage, was damit gemeint. Im Korintherbrief, ich meine Kapitel 9, da sagt Paulus, dass er hält sein Leib in Schacht, ehe er verworfen wird. Okay, das heißt, er ist streng mit sich selbst. Also was wusste jetzt der Paulus, was andere jetzt nicht wissen? Oder umgekehrt, was wissen Menschen heute, was der Paulus nicht wusste? Also Paulus sah bei sich selbst zumindest die Möglichkeit. Und was auch immer in der Sphäre von echter Bekehrtheit etc. da jetzt da greift oder passiert, das ist jetzt nicht Gegenstand der Rede, sondern es ist so beschrieben worden in der Schrift, dass Menschen fallen ab vom Glauben. Es wird zuerst der Abfall kommen. Und hier der Anspruch oder das Angebot an dich, drüber nachzudenken, was macht dich sicher, dass du im Glauben bist? Denk mal ernsthaft drüber nach. Warum denkst du, dass du an den Vater glaubst? Viel wichtiger, warum denkst du, dass der Vater dich kennt? Wie ist die Beziehung zum Vater, zu Gott? Kennst du ihn wirklich? Hat dich die Sünde und Buße und wirklich den Vater zu suchen, dich dazu bewegt, den Vater aufzusuchen? Oder war der Glaube an Jesus einfach der Weg, damit dein Leben besser wird? Das ist ein riesengroßer Unterschied. Überprüf einmal dich. Das ist einfach nur ein Angebot. Das, was ich hier mache, versuche ich immer als Angebot darzustellen. Du prüfst es selber nach. Ich versuche die Schriftstellen einzublenden oftmals oder das Zitat, wo ich es herhabe aus der Schrift oder ich lese dir was vor. Du überprüfst für dich, was du daraus machst. Die Schrift sagt, dass es ist möglich abzufallen. Und Abfall, jetzt mag es greifen, dass es nie ein echter Glaube da war. Das wäre in der Tat der erste Schritt. Was macht dich so sicher in deinem Herzen, dass du den Vater kennst? Denk mal an deine Bekehrung. Warum kam es überhaupt zu Gott? Ich habe in vielen Jahren viele Zeugnisse gehört. Ich habe immer zu 90 mehr, vielleicht sogar mehr als 90 Prozent es nicht kommentiert, wenn Menschen sagen, weil ich verstanden habe, dass die Bibel die Wahrheit ist. Mag sein, ich kann damit nichts anfangen. Ich habe verstanden, dass der Name Gottes wird so ausgesprochen. Ich habe verstanden, dass das Christentum ist die wahre Religion. Ich habe verstanden, dass Jesus der einzige Weg ist. Das alles macht für mich keinen Sinn. Nein, die persönliche Beziehung zu Gott ist doch, anders kann man es auch nicht beschreiben. Jetzt kann es sein, dass jeder macht da eine eigene oder andere Erfahrung. Aber die Quintessenz ist doch die gleiche. Du kommst nicht zu Gott, weil dein Leben besser sein soll. Hast vielleicht etwas erlebt in der Kindheit und hast jetzt gehört, dass die Christen sind lieb und hoffst, dass du da Zuflucht findest und dass dein Leben jetzt besser wird, damit du den Schmerz überwindest. Weil das geht von hier bis übermorgen. Viele Menschen haben gewisse Erfahrungen oder Schmerz erlebt und der eine findet das gar nicht so schlimm und denkt, seins ist schlimmer. Das ist ein Fass ohne Boden, mit Menschen darüber zu sprechen, was sie durchgemacht haben. Es mag schlimm gewesen sein, aber die Frage ist jetzt, hat dich wirklich Kenntnis der Sünde überführt? Was hat dich bewegt, zu Gott zu schreien? Meistens ist es so, dass Gott nutzt Drangsal und das muss nicht immer sein, dass alles schlimm ist. Es kann auch seelische Drangsal sein, dass du merkst, dass der Lebensweg, den du gehst, der ist leer und du lebst sündhaftig und du lebst unter dem Zorn Gottes. Und da komme ich gleich drauf zu sprechen, warum steht es in der Schrift drin, dass Gott schuf Himmel und Erde. Warum wird nicht der Bundesname genutzt? Ich finde es interessant, möchte dir mal einen Aspekt anbieten und lese dir ein paar Sachen vor. Was ich denke, ist, dass da ist auch eine Herzensentscheidung, weil Gott es dir ermöglicht hat. Du willst zu Gott, weil du merkst, dass du bist abgeschnitten von Gott und du bist unter seinem Gericht und du nimmst seine Gnade wahr und fortan lebst du jetzt, wie du leben sollst, unabhängig davon, was besser in deinen Augen sein mag. Du lebst einfach so, wie er will und daran wirst du jetzt deine Freude haben. Und das mag nicht immer so sein oder dir so schmecken, wie du es dir so wünschst, aber du überprüfst immer und sagst, das ist aber sein Weg und dann gehe ich den. Okay, ob du noch jemanden findest zum Heiraten, ob deine Ehe besser wird, ob die Beziehung zu deinen Eltern besser wird, ob du ein schöneres Haus bekommst, ob deine Arbeitsstelle. Du magst danach streben, das Beste zu machen, aber das ist nicht der Grund, warum du zu Gott kommst. Okay, also wenn Menschen Zeugnisse abgeben von, ich habe verstanden, dass es die Wahrheit, ich bin über den Sabbat zu Gott gekommen oder ich habe gesehen, irgendwas stimmt mit der Welt nicht. Eine persönliche Beziehung, dass deine Seele merkt, sie braucht Gott. Das ist die Grundlage, würde ich dir so erklären, dass du weißt, dass du im Glauben bist. Okay, und du hast diesen Ruf, du hast den Ruf, du bist denen gefolgt und du hast mit dem sündhaftigen Leben aufgehört. Du hast mit der Sünde aufgehört. Du hast Buße getan von der Sünde. Okay, und hast über die Sünde gesiegt. Und das ist die beste Zusammenfassung, die ich dir auf die Schnelle bieten kann, für was es bedeutet, dass du wirklich Gott kennst. Und jetzt wächst du. Heißt nicht, dass du keine Fehler mehr machst. Manche sagen, du kannst nicht mehr sündigen. Was auch immer die meinen. Ich habe schon viel gesehen in den Jahren. Menschen, die gesagt haben, sie sind voll des Heiligen Geistes und die haben Sachen getan oder Sachen geglaubt, die offensichtlich nicht stimmen. Es mag sein, das verstehe ich auch. Es ist Stückwerk. Das ist ein Thema für sich. Ich habe lange drüber nachgedacht. Wenn du die volle Wahrheit erfährst, von wie heiß der Kampf wirklich tobt. Es sieht so ruhig aus. Du gehst irgendwo hin, du meldest was an, du machst den Fernseher an, dann gehst du ins Bett. Aber wenn du plötzlich es gezeigt bekommst, wie heftig und wie heiß der Krieg tobt, das machst du auf einmal gar nicht verdauen. Und deswegen denke ich, das Stückwerk ist auch eine Gnade oder auch ein Werkzeug von Gott. Das Problem, was ich da habe oder was ich da sehe, ist, dass wenn Menschen gewisse Dinge nicht sehen, weil Paulus hat gesagt, dass die Decke, ich lenke kurz ab, ich komme gleich zum Thema zurück, wird weggenommen, wenn man sich zu Gott kehrt. Das heißt, es mag sein, dass Gott jemand gerade, wie ein Kind, nach und nach zu der Wahrheit führt, aber er hat schon gerufen oder er hat noch gar nicht richtig gerufen oder er lebt noch in dem, was er möchte und deswegen sieht er nicht. Wie dem auch sei, man muss immer den jetzigen Zustand betrachten. Das heißt, ich kann auch nur und du kannst auch nur mit mir so weit umgehen, wie du es auch erkannt hast. Kommst du mit? Aber am Ende, man muss manchmal geduldig sein, um zu sagen, okay, vielleicht sieht er es noch. Das heißt, er sagt, er ist voll des Heiligen Geistes und aber Dinge, die er gerade tut oder die er gerade sieht, er wird es eines Tages erkennen, wenn der Vater ihm zeigt, dass es definitiv nicht das ist, was er denkt. Heißt nicht, dass er nicht im Glauben ist, aber es ist nicht das, wie oder wonach es aussieht. Okay, ohne jetzt auf Details einzugehen und ohne dich zu verwirren. Also, Stückwerk ja, aber dennoch, wenn das Herz zu Gott ruft, wirst du Dinge erkennen. Und jetzt spätestens in dieser Zeit hat der Vater dir sehr viel offenbart, weil du musst diese Sachen verstehen. Okay? Du brauchst diese Information. Deswegen, wenn Christen jetzt gerade sagen, nichts ist passiert, alles ist eigentlich normal, ist nur ein bisschen enger geworden, vielleicht bricht gleich ein Krieg aus, da denke ich, dass jemand im Tiefschlaf ist. Und wenn jemand im Tiefschlaf ist, hat keine Erkenntnis, es gibt viele, die sich Christen nennen, die wissen aktuell so gut wie gar nichts. Wirklich. Meine Frau hat gerade, auch per Namen, gerade vor ein paar Tagen darüber nachgedacht. Haben darüber gesprochen. Die wissen gar nichts, von was gerade los ist. Vielleicht glauben sie, wir werden entrückt. Also, warum denkst du, du bist im Glauben? Was macht dich sicher, dass du im Glauben bist? Ich möchte über diese Schöpfungsgeschichte sprechen, wie Gott auftritt und wie die Gnade Gottes zu sehen ist in diesem Text. Habe ich schon einige Male vorgelesen, auch gerade in den Tora-Portionen. Einer hat mal gesagt, dass Gott schuf die Erde im Gericht. Sehr interessant, ich sehe es anders, ich glaube, die Erklärung ist anders, aber ich sage dir mal, was damit gemeint ist. Erstmal lese ich dir die deutsche Version vor. Mach mal schnell auf und du kennst es, wie Gott die Erde schuf. Und hier steht, Im Anfang schuf Gott, schuf Gott die Himmel und die Erde. Nun, Gott, das ist der Name Elohim in der Schrift. Und Elohim, wenn Gott als Elohim auftritt, dann tritt er als große Macht oder als Herrscher oder als Richter auf. Vielleicht gelingt es mir gleich zu erklären, was damit gemeint ist. Im Hebräischen Elohim hast du rausgehört. Elohim. Und er tritt aber nicht als Elohim auf, wenn er mit Abraham spricht. Das tritt er mit seinem Bundesnamen auf. Und hier in der Elberfelder zum Beispiel wird es übersetzt und so wird es auch punktiert in der Tora mit Jehova. Also das ist so, wie es hier vorkommt, dass wenn er in dieser Form auftritt, dann tritt er als der Bundesgott, der mit dir einen Bund hat, auf. Was ist damit gemeint? Und was heißt es, dass Gott die Erde im Gericht schuf? Nun, dass Gott die Erde als Richter schuf, ist interessant, aber ich sehe es anders. Ich versuche es mal hier zu erklären. Es hat was zu tun, warum ich über den Abfall nachgedacht habe. Wenn es steht, Bereshit bara Elohim, da hat die Schrift es gewählt, dir zu zeigen, in welcher Form oder mit welchem Auftreten der Herr hier am Wirken ist. Als Elohim ist er der Besitzer, der Herrscher, der rechtmäßige Richter. Es gibt keine Entschuldigung. Okay, das ist die Form Elohim. Ihm am Ende ist Mehrzahl. Jetzt sagt man mehrere Götter. Nein, nein. Also El ist auch sowas wie Macht und ein Name für Gott, kurz Form L und ich würde eher das als Gott der vielen Mächte sehen. Okay, der mächtige Gott. Macht. Macht ist Gott. Und in dieser Form tritt er auf. Als Herrscher, als Richter. Und alles ist perfekt. Wenn du perfekt bist, hast du nichts zu befürchten. Okay? Weil es gibt nichts zu erklären. Er ist es. Elohim. Bereshit bara Elohim. Er ist es. Wir aber wurden sündhaftig geboren. Es ist für uns ein Problem, dass Elohim vor uns steht. Ein Riesenproblem. Also, wenn er jetzt die Form ändern will, er kann nichts ändern an der Sache. Er kann auch nichts ändern am Gesetz. Er kann auch nicht nur Gnade geben. Es muss einen Weg geben, damit er es tut. Und wenn er jetzt den Bundesnamen nutzt, dann heißt es, er hat eine besondere Form der Gnade für dich jetzt bereitet. Ansonsten ist es Elohim. Und wenn Elohim auftritt, hast du ein Problem. Biliam. Ich habe eine ganze Tora-Portation über Biliam. Okay? Kannst du hier lesen. Fiedermose 22 zum Beispiel. Und Biliam, der Name schon. Bala und Am, also Verschlinger des Volkes, ist ein Wahrsager, der so rumdaddelt mit okkultischen Sachen, aber in seinem Sammelsurium an Dingen, die er glaubt, ist auch Gott. Und er nutzt den Bundesnamen von Gott, wenn er in der Beziehung zu Gott spricht. Für sich. Kommst du mit? Deswegen ist es zusammenhängend mit dem Abfall. Fiedermose 22, 8. Kommst du mit? Jetzt Biliam. Ich lese nicht alles vor, es wird zu lange dauern. Und er sprach zu ihnen, der Biliam, die waren unterwegs, übernachtet hier diese Nacht. Ich will nur auf dieser Pointe. Und ich werde euch Antwort bringen, so wie Jehova zu mir reden wird. Das heißt, er nutzt den Bundesnamen Gott, als wäre er in einer Gnadenbeziehung. Wie kann man in einer Gnadenbeziehung sein mit einem Gott, der als Elohim auftritt? Es geht nicht. Außer Gott bietet dir diese Gnade. So, wenn Gott dir diese Gnade bietet, dann bist du in Angst und Zittern unterwegs. Weil eigentlich bin ich erst Todes, aber er erlaubt mir jetzt noch zu leben. Durch seinen Sohn. Ok? Weil sein Sohn für mich stirbt, darf ich zu ihm. Und dieses große Geschenk, das nehme ich an. Und das habe ich nur annehmen können, weil er es mir geboten hat. Und weil er es mir geboten hat, lebe ich danach. In Angst und Zittern. Und Fehler macht man genug, schon schlimm wie es ist. Aber das ist weit fern davon, oder weit weg davon, dass man so lebt, wie man möchte, und sagt, ich bin trotzdem gläubig. Und ich mache mir keine Gedanken über irgendetwas. So wie es gerade der Fall ist. Gar nichts verstehen, von was hier gerade los ist. Biliam sagt also, dass so wie Jehova zu mir reden wird, jetzt hier gleich der nächste Vers, Vers 9, und Gott kam zu Biliam, sprich, und Elohim kam zu Biliam und sprach, wer sind diese Männer bei dir? Ich wollte dir nur diese zwei Perspektiven darbieten. Der Rumdadler in den verschiedenen Dingen der Welt, der Rumdadler in den okkultischen Sachen der Welt, sagt, dass er schaut mal, wie Jehova zu ihm spricht, aber der Richter steht vor der Tür und redet mit ihm. Und er erkennt es nicht. Der eigene Esel muss ihn den Weg weisen. Er erkennt es nicht. Okay? So wahnsinnig ist der Mensch. Also, er hat keine Gnadenbeziehung zu Gott, aber er nutzt es. Er nutzt sogar den Bundesnamen, obwohl Gott ihn gar nicht kennt. Wenn in der Endzeit es steht, das weicht von mir, ich habe euch nie gekannt, naja, Gott hat die Menschen geschaffen, was heißt nie gekannt? Wir hatten nie diese Bundesbeziehung. Er tritt jetzt auf als Elohim. Wenn Gott als Elohim auftritt, dieses Bild, Offenbarung 14, der Richter, der auf den Thron sitzt und er wartet darauf, dass die Erde, dass die Reben reif werden, das was du gerade siehst. Menschen feiern jetzt den Tod und das Böse. Die feiern es. Es ist ja keine Scham mehr. Sachen, die gepostet werden heute in Social Media sind. Nicht mal einen Bruchteil davon hat man insgeheim in den Schulen oder unterm Tisch damals sich angeguckt oder ausgetauscht. Es ist öffentlich heute. Es ist eine ganz andere Welt. Und der Richter wartet, dass die Reben wirklich reif werden, dass sie triefen, die Sichel in seiner Hand, triefen mit Blut, weil er hier ernten wird. Er ist zornig. Also ein Elohim ist hier gerade und dieses, dass er die Welt in Gericht erschuf, das sehe ich nicht so. Es zeigt uns nur, in welcher Form. Okay, er ist es. Kommst du mit? Okay. So, jetzt in der Endzeit, Abfall, was ist jetzt da die Verbindung? Leute wollen zwar zu Gott, aber die können nicht zu Elohim. Bis des Todes. Du kannst nur zu, er ist der gleiche Gott. Es ist wie ein Mann, er ist Vater, aber er ist gleichzeitig ein strenger Geschäftsmann. Er ist aber ein Onkel und ja, also es gibt viele Facetten, aber es ist der gleiche. Die Menschen, du kannst nicht zu Elohim. Wenn jetzt hier der Schöpfer alles geschaffen hat, so wie es ist und Menschen haben dagegen rebelliert, dann muss er töten oder strafen. Wenn er Gnade anbieten will, dann geht nur ein einziger Weg. Wenn jetzt Menschen zu Gott kommen und sagen, mach doch alles mal, wie es war, ja, dann hätte er doch von Anfang an alles gemacht, wie es war. Verstehst du? Wenn Erlösung, wenn der Bundesname Gottes heißt, er macht alles so, wie es war, ohne Anstrengung, dann hätte es von Anfang an, dann hätte nicht Jesus kommen müssen, dann gäbe es kein Kreuz, dann gäbe es keinen langen Weg, keine Wüstenwanderung, kein Manner, ja, kein Apostel, kein Kreuz, dann hätte es von Anfang an. Also es ist unmöglich, dass plötzlich alles anders wird. Du musst durch Dinge durch und das ist der Grund, warum der Abfall kommt, weil Menschen kommen zu Jesus, hören zwar zu, ganz viel Weisheit, aber die sind da wegen Brot und Fisch. Okay? Die sind da wegen Brot und Fisch und das geht in vielen Instanzen, heute mit vielen auch so, oder es geht einher, mit was Menschen denken. Macht Jesus mein Leben besser? Habe ich dann bessere Freunde? Werde ich endlich geliebt? Ich, ich, ich. Ja, das alles mag sein, das wird passieren. Gott bietet dir Liebe und deswegen hat er ja seinen Sohn gegeben, um dich zu erlösen. Er liebt dich, aber er ist auch Elohim. Okay, der Weg ist sehr, sehr schmal. Kommst du mit? Das ist, was Leute nicht haben wollen. Also die Menge kommt auf Jesus zu, wegen Brot und Fisch. Mach mein Leben besser. Ja, lass mich endlich eine Frau kriegen. Okay? Lass mich einen Mann kriegen. Einen besseren Job. Bessere Aussichten. Mehr Freunde. Eine Gemeinschaft, wo ich geliebt werde. Wo kann ich endlich mal hin, wo ich guten Lobpreis höre? Hat mal jemanden gehabt, der kam und hat erzählt, was er sich so erhofft von einer Gemeinschaft. Wer bist du? Wir sind kleine Knechte. Gott sei Dank für die Gnade. Wir müssen einen Weg gehen. Möge er uns helfen, ehe er als Elohim vor uns auftritt. Okay, aber wenn er als Jehova auftritt, wenn er als der Gott, der einen Bund dir anbietet, dann bist du in seiner Gnade. Dann hat er mit dir eine spezielle Beziehung. Aber du bist komplett gekehrt. Du bist komplett umgekehrt von dem, was du mal lebtest. Und schaust nur auf ihn. Egal, was er will. Avram ist sozusagen der Typus dafür. Komm da raus, mach das, was ich dir sage, und Avram verlässt alles. Deine ganzen Wege zu denken, deine ganzen Wege, was du dir erhofft hast, ob du es bekommst, du folgst ab jetzt Gott nach. Und das heißt nicht, Menschen auf den Geist zu gehen, wegen Speisegeburt und wie penibel genau der Sabbat gehalten wird und ob Menschen mit Israel stehen. Das ist also nicht der Glaube. Der Glaube ist, dass du mit Gott eine Beziehung hast und dass du zu ihm rufst, dass du weißt, er ist dein Vater. Unabhängig von wie dein Leben ausgehen wird. Du weißt nur, du bist in seinem Willen. Das ist das Hauptkredo. Also kommen Menschen zu Jesus und wollen Brot und Fisch haben. Und interessanterweise, als er die Menge lehrte, hat er gesagt, er hat auch Brot und Fisch ausgeteilt. Und dann hat er gesagt, er ist das Brot des Lebens. Ich finde es interessant. Guck mal hier. Unsere Väter, Johannes 6, 31, aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Moses hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater, gebt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Also Bezug zu dem Manna in der Wüste. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herniederkommt und der Welt das Leben gibt. Also, sehr interessant, dass das alles hier in Zusammenhang geschieht oder gesprochen wird, als er Brot und Fisch austeilt. Und das ist jetzt der Bezug zum Manna aus der Wüste genommen wird. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot, haben doch gerade Brot und Fisch gegessen. So ist er heute auch. Menschen kommen zu Jesus, Herr, gib mir das Brot. Was sie aber meinen, ist das Bequeme. Ich will nicht durch diese harte Wüste. Er ist doch Jesus, er kann doch alles machen. noch mal, noch mal, noch mal. Wenn der Weg es ist, alles neu zu machen, wie, das Wort Universum sagt man, das kommt aus dem Prinzip, dass Gott hat das Universum oder das Ganze in einem Vers gesprochen. Uni, also ein Vers. Okay, also Gott muss nicht lange, 40 Jahre durch die Wüste, da es aushalt mit den Kindern Israels, wenn die Lösung es gewesen wäre, alles neu zu machen. Er hat alles gemacht, die Menschen haben gesündigt, er schafft einen legalen Ausweg, der Weg ist schmal, die Menschen wollen es nicht wahrhaben. Jesus gibt mir dies, Jesus gibt mir das. Ich kenne Jesus, weil ich den Sabbat halte. Ich kenne Jesus, weil ich verstanden habe, dass Hebräisch die richtige Sprache ist. Ich habe verstanden, dass die Manuskripte sind noch wichtig. Ich habe verstanden, dass die Feiertage, die ich vorher gefeiert habe, waren heidnisch. Das ist alles kein Glaube. Okay, also die Menschen kommen aus verschiedenen, aus falschen Gründen zu Jesus und jetzt steht er vor ihnen, hat gerade Brot und Fisch ausgeteilt und die fragen noch nach dem Brot. Im Geistigen passiert das auch. Die kommen zu Jesus, die lesen viel, die gehen viel zu gemein, aber die fragen, Herr, gib mir das Brot. Ich habe immer noch Hunger. Was ist mein Auftrag hier? Was soll ich machen? Wie soll ich sein? Ja, weil die eigenen Wege noch da sind. Wenn man sich nicht ganz aufgegeben hat, von dem, was man will oder was seine eigenen Gedanken sind. Also, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Also er verspricht es. Und wer an mich glaubt, wird niemand mehr dürsten. Nicht mental, ja, er ist Jesus, er ist Erlöser, sondern du gehst den Weg. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt, die gerade das Brot gegessen haben. So wie viele auch heute sagen, und wir kennen Jesus. So wie Biliam sagt, ich schaue mal, was Jehova zu mir sagt, aber Elohim tritt da gerade vor ihm auf und er sieht es nicht. Er kennt es nicht. Alles, also all die, die wahrhaftig zu Jesus gehören, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das musst du sicherstellen bis zum Schluss. Abfall, kein Abfall, du musst sicherstellen, dass du wahrhaftig zu Jesus gekommen bist, dass er dich kennt, das musst du bis zum Schluss einfach sicherstellen. Das ist dein einziger Auftrag auf diesem Planeten. Denn ich bin vom Himmel her niedergekommen, nicht auf das ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. So, jetzt hier Bezug zum Manna, was man mit dem Manna machen musste. Jetzt haben die Kinder Israels in der Wüste gegen das Manna geklagt. Was denkst du, ist die geistige Bedeutung? Dass sie gegen das Manna geklagt haben. Hier, Und es geschah 4. Mose 11, Vers 1, als das Volk sich beklagte, dass es übel war in den Ohren Jehovas. Und als Jehova es hörte, da erglühte sein Zorn. Okay? Und ein Feuer Jehovas brannte unter ihnen und fraß am Ende des Lagers. Interessant, ne? Jetzt ist es Jehova, der seinen Zorn hier entbrennt. Es ist nicht Elohim, es ist aber der gleiche. Okay? Auch der Bundesgott kann zornig werden und er lässt hier einfach Feuer glühen. Und das Volk schrie zu Moshe und Moshe betete zu Jehova, da legte sie das Feuer. Und man gab selbigen Orte den Namen Tabhera, weil ein Feuer Jehovas unter ihnen gebrannt hatte. Und das Mischvolk, das in ihrer Mitte war, wurde löstern. Und auch die Kinder Israel weinten wiederum und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wer gibt uns das wirklich saftige, schöne Leben? Ich kam doch zu Jesus, um diese ganzen Sachen zu bekommen. Deswegen kam ich doch zu Jesus. Warum erlöst er mich nicht? Jesus hat aber gesagt, er erlöst, das ist sein einziger Auftrag. Er will erlösen. Er hat es vor, dich zu erlösen. Aber die Menschen sehen Jesus in einem falschen Licht. Wir gedenken der Fische, wir gedenken die Zeiten der Welt, da war es doch viel einfacher. Okay? Die wir in Ägypten umsonst aßen, der Gurken und der Melonen und des Lauchs und der Zwiebeln und des Knoblauchs. Und nun ist unsere Seele dürre. Gar nichts ist da, nur auf das Mann, also das Manner, sehen unsere Augen. Das Manner. Jetzt schau mal, wie das Manner beschrieben wird. Das Mann oder Manner aber war wie Koriandersamen und sein Ansehen wie das Ansehen des Bedelion. Habe ich auch mal. Ich meine in der Torraportion auf diesen Bezug Bedelion. Ich meine, ich weiß es nicht mehr. Gesprochen zumindest in irgendeiner Sitzung habe ich das mal getan. Und das Manner war so anzusehen, das Volk lief umher und sie sammelten und malten es mit Handmühlen und zerstießen es in Mörsern. Warum steht es hier so drin? Und sie kochten es in Töpfen. Auch machen sie Kuchen daraus und sein Geschmack war wie der Geschmack von Ölkuchen. Also klingt eigentlich lecker. Und wenn des Nachts der Tau auf das Lager herabfiel, so fiel das Mann auf dasselbe herab. Interessant, dass die Schuhe gesagt hat, dass er ist das Brot, was aus dem Himmel gekommen ist. Also er nimmt Bezug zum Manner, dass er es ist, er wird dargestellt. Aber auch wie beim Manner, es ist kein fertiges Brot, was schon fix und fertig da ist. Das Manner wird so beschrieben, dass du gehst umher, du sammelst es, du musst es dementsprechend da in einem Mörser da zerstoßen und du musst es kochen. Es ist nicht das fertige Brot. Es ist nicht das fix und fertige, was dir geboten wird. Okay? Der Abfall in vielerlei Hinsicht wird kommen, weil Menschen einfach diesen Weg nicht gehen wollen. Wollten sie aber auch nie. Die Drangsal ist also dazu da, es zu trennen. Ich hoffe, dass viele, die sich Christen nennen, die absolut gerade gar nichts verstehen, noch wach werden in diesen Zeiten. Warten auf eine Lösung, sagen, ihre Lösung kann nicht weggenommen werden. Sie sind fest in der Hand Jesus, weil sie in irgendeiner Gemeinde vielleicht dienen oder man hat ihn ja so gepredigt. Überprüfe, deine persönliche Beziehung zu Gott ist nur ein Angebot. Vielleicht hast du es schon getan, du bist auf dem richtigen Weg. Das wäre sehr schön. Ich hoffe, du konntest aus dem Video etwas sehen, etwas erkennen. Wenn du es mochtest, du kannst das Video gerne teilen, anderen davon erzählen, du kannst den Kanal gerne abonnieren, wenn du möchtest. Musst du nicht, du bist erwachsen, du kannst machen, was du möchtest. Wenn du den Dienst, den ich hier mache, unterstützen möchtest, das kannst du gerne tun. Wie du es machen kannst, das findest du in der Beschreibung von diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir.